Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream Wallstars und natürlich ist wieder mein Headset zu laut, wer hätte es gedacht Ist eh jedes mal so und heute würde ich mal sagen Mach ich einfach mal wieder einen schönen Livestream Jeder der Welt darf mitspielen und naja So Shop, hier kann ich ihn noch gleich mal gönnen Habe ich gerade noch genug Gems Für Bi gleich Die muss ich eh noch ein bisschen hochspielen Ok erstmal Screenshot Man kennt's Ok So Ähm Erstmal aufleben Upgrade Upgrade Nice So Ähm Ok Dann Ich Dann würde ich mal sagen Wir haben welche Map Ich glaube die eignet sie eigentlich relativ gut sogar für deine Mike Oh Ich habe vergessen du es zum ausschalten Vom letzten Stream Na mein gerade läuft schon mal gut 5 cubes Darf man sich eigentlich mal nicht beklagen Ja Ich glaube nein kann man nichts machen Leck Purer Leck Und meine die Person die gerade online ist und den Lack da gelassen hat Ehren Ähm Naja So Ich möchte ich mal umstellen Aber ihr habt es gesehen Leute das war glaube ich ein Leck Also ihr habt es nicht gesehen Beziehungsweise Ich habe es bemerkt weil ich mit meinen Fingern schon irgendwo war So Die meisten Leute rechnen einfach nicht damit dass ich so viel Damage mache Ja Der Bull hat es gecheckt dass ich viel Damage mache So kann ich ja auch gleich So 6 cubes nice Ich weiß nicht das leckt heute so ein wenig Ich habe immer Schiss dass dann irgendeine Pusche hier mal drin ist Hier oben Oh mein Das ist doch schon mal gut Oh oh Das unten ist aber definitiv nicht ganz so gut Oh Ja Alles klar Ja mein jetzt verstehe ich warum es so leckt Wieso macht mein Handy genau jetzt Versteht ihr das oder kennt ihr das Wenn euer Handy genau dann Upgrades macht Wenn ihr das Internet gerade braucht Immer dann wenn das Internet voll ausgelastet ist Macht mein Handy Upgrades Jetzt ist es aus das Upgrades oder Ja Das ist aber auch echt nervig Na ja Leute liken und abonnieren nicht vergessen an alle Leute die alles Beziehungsweise diesen Livestream nachschauen Beziehungsweise diesen Livestream nachschauen Schade Schade Hey ja Das mache ich schon wieder ein Upgrade Ich kann nicht laufen Ich weiß es nicht ich verstehe das nicht Außer es wäre gerade rentierend für mich weil ich gerade einfach Also wenn das gerade eben Mike was Ein bisschen John by One gespielt habe Ähm Schicken wir jetzt Nein das leckt auf jeden Fall Ja RIP RIP Kann nichts nichts machen Aber wie sehr wurde ich gerade eingekesselt Was ist jetzt los ich verkehrte ja gerade ununterbrochen Ja ach komm jetzt macht schon wieder Upgrades Das kannst du ja komplett vergessen Leute ich muss kurz die ganzen Upgrades abbrechen Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ähm, okay, jetzt habe ich die ganzen Upgrade gestoppt, jetzt sollt es wieder herinhauen. Aber gerade das war, ich, oh, normal, aber ich verstehe es auch nicht. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach irgendwie gerade viel Internet bräuchtet und genau dann macht euer Handy Upgrade, oder wenn euer Internet schon komplett ausgelastet ist, genau dann macht mein Handy immer die Upgrade. Ich weiß ja nicht, was mit meinem Handy falsch läuft, aber naja, ne? Irgendwas anscheinend schon. Die ist nicht auf mich gegangen. Gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber auch, wie dumm war ich bitte schön, wenn ich ihn fragen darf, sehr prima. Er hat alles drauf gesetzt, mich zum killen, obwohl gerade hinter ihm die Knallbeschlägerin war. Ja, wenn der, wenn der die gekillt hätte, wäre er vielleicht davon gekommen, aber so nicht. Naja. Der hat eben alles drauf gesetzt, dass er mich hält. Naja. Oh Gott. Ja, es war so klar. Ich kann mich gegen Mortis und nie wehren. Oh Gott, vor allem, auch warum laufe ich auch noch zu ihm hin? Ne, ich glaube, Mortis, ich meine, Mortis, ich kann mich mit deinem Einten nicht so Bescheid nicht mehr an, ich versuche es aber trotzdem in of level 20 zu bringen, also Rang 20 kann man nicht. Ich muss jetzt echt ein bisschen campen, also, die Rose läuft doch schon wieder zu mir, ich sehe sie ja schon wieder kommen. Die Shelley klappt auch echt, ich bin blind. Wie der mich fast noch geholt hätte. Ja, jetzt auf einmal kommt er, das ist ja wieder typisch. Kaum hat man einmal, oder kaum hat er wieder ein bisschen Leben, nein, er wollte wieder alles, was mir im Leben noch interessiert, er kennt mich, aber zuerst, feige sein. Naja, okay, es ist ein, wie ich bin so, aber ich weiß nicht, jetzt läuft es gerade nicht so, normalerweise bin ich mit deinem Einten besser. Vielleicht muss ich erst, beziehungsweise, vielleicht muss ich mich erst mal so richtig einspielen. Na, wer weiß. Na, wer weiß. Habe ich wieder stark gefüllt, die Kneipenschleckerin kommt gleich. So, und ich hau jetzt einfach mal ab, weil ich will jetzt nicht wieder sofort verrecken. Aber irgendwo in den Buschen ist jetzt Safeware drin. Kann man gleich in diesen einen Busch. Was hilft's? Die anderen campen ja auch alle. Wieso sollte ich es dann groß anders machen? Ich meine, alle campen natürlich nicht, aber die meisten. Schade. Nein, 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 Quo. Okay, doch, Quo. Ja. Ich kann mich einfach nur mal vergleichen. Was anderes hilft mir einfach nicht mehr. Ich will einfach deine Mike noch schnell auf an 20 holen. Das sollte doch möglich sein. Schau da. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt bin ich schon wieder. Ich habe keine Ahnung, welcher Platz gehört. Neunter. Als ob. Nein. Es hilft mir nichts mit deinem Mike. Das läuft gerade definitiv gar nicht gut. Ja. Ja. Ich kann ja gerne zacken. Aber da musst du. Aber ich nehme auch einen anderen Baller. Oder. Ja. Es ist glaube ich gescheiter, wenn ich einen anderen. Ich nehme einfach mal die. Ich nehme einfach mal die. Ähm. Ein paar Steckholt. Okay. Ja. Das können wir natürlich auch machen. Ja. 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 Ich nehme drauf. Danke. Übrigens was sagt ihr zu den. Neu. Neu kommenden. Brawler. Mhm. Ja. Der wurde jetzt ja in den. World Talk angekündigt. Ich finde den nice. Aber. Ja. Oha wie knapp. Ja. Soll die Cube sein. Gönnt ihr die ganzen Cubes. Was wetten wir? Das ist wieder eine Nachricht von Corona. Ich wette eigentlich so gut wie alles. Ja. Ist auch sicher wegen Corona. Ich weiß nicht was ich für Corona oder von Corona besser gesagt halten soll. Die Sache ist halt ich bin noch jung. Für mich ist das einfach so wie in einer Grippe. Zum Beispiel mein Opa hat schon ein gutes Alter. Und. Für den ist das heute halt dann schon fast so wie das. Wie die auch. Das. Keine Ahnung. Äh. Das so sagt. Todesurteil. Nein. Na klar. Todesurteil ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ist definitiv. Schon relativ gefährlich. Das hilft den Leeren jetzt auch nicht mehr davon. Oder doch. Ja. Der ist jetzt hin. Nice. Ja. Läuft doch gleich viel besser. Oder auch nicht. Doch. Habe knapp vor allem. Als ob die den gerade fast gekillt hätte. Obwohl ich. Ich glaube 13 Cubes oder so. Naja. Was solls. Ja ist der Platz. Darf man sich nicht beklagen. So. Wow. Oh. Ist ja gerade dumm von mir. War kurz offline. Habe gerade kurz geschaut. Ob jemand schon was in den Chat geschrieben hat. Aber im Moment der ist jetzt nicht. allzu goldig aus mit den live zuschauen. Ja. Die konnte nichts machen. Ja. Das läuft jetzt aber echt. Ja. Einfach alles aufräumen. Jetzt muss ich auch kurz ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt nämlich nicht direkt verrecken. Okay. So. Jetzt muss ich drauf gehen. Oh oh. Aua. Ja. Nice. Ich hoffe die Audioqualität funktioniert auch gut. Weil beim letzten. Nein. Vorletztes Film war das. Hat sich das. Ich weiß nicht aufgeregt. Aber irgendwas hat auf jeden Fall gespundet. Da hat es die ganze Zeit so. war abgeknistert nicht. Es war immer so nebenbei ein kleines Rauschen. Das hat richtig abgefuckt. Meiner Meinung nach. Aber. Die Community hat es nicht in den Chat geschrieben. Also naja. Was soll ich dazu noch sagen. Ja. Die wollen fast nur den Cube wahrscheinlich. Ja moin. Ja moin. Die waren doch stärker wie erwartet oder wie gedacht. Ich habe mir schon gedacht. Er hat keinen Bock mehr. Er geht auf. Obwohl wir einfach nur ganz kurz weg waren. Ich habe gerade gesagt. Obwohl wir nur ganz kurz weg waren. Ich war. Wir waren nicht weg. Wir haben einfach nur die Runde verkackt. Die Deutschsprache mal wieder. Die schwere Sprache. Man kennt es. Übrigens Leute. Schreibt mir mal gerne Videoideen in die Kommentare. Aber wenn ich wirklich gute Videoideen hätte. Könnte ich mal wirklich auch wieder gut Videos machen. Ja moin. Junge. Du kommst nicht durch. Das ist so eklig. Ich habe gerade gekillt wieder. Ich muss ein bisschen aufpassen. Die Bieder unten können gefährlich werden. Ähm. Wie. Also. Beziehungsweise. Seit wann machen sie so viel Schaden. Diese Colts. Sind die gepatcht worden. Besser gemacht worden. Ja. Okay. Das haben wir jetzt. So. Wie. Wahrscheinlich verloren. Aber. Wenn verloren zweit ist ja auch nicht schlecht. Naja. Obwohl. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht. Naja. Okay. Jetzt wird es dann. Naja. 1700 Schaden. Ich glaube es halt auch. Naja. Jetzt haben wir verkackt. Naja. Was solls. War ja auch nicht so schlecht. Also. Ich finde wir waren auch gut. Was. Ah. Alles klar. Ja. Die Colts sind effektiv stärker gemacht worden. Glaube ich. Pass auf. Was. Ob wir noch gewonnen haben. Nice. Äh. Da push ich ja richtig drauf hin. Nein. Ähm. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich habe glaube ich gar nicht so viel Leben. Das ist auch ein Grund. warum ich immer sofort innerhalb von kürzester Zeit verreckt bin. Ja. Moin. Die arme Rosa. Die konnte ja gerade gar nichts machen. Ja. Moin. Aber. Unangenehm. 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 Ja. Was soll ich machen. Aber naja. Okay. Kein Bock mehr. Ja oder was. Okay. Nice. Kiste öffnen. Ähm. Mach bereit. Ähm. Geht jetzt offline oder was? Sieht ganz danach aus. Okay. Keine Ahnung. Muss ich eben so erspielen. Keine Ahnung. Hoffentlich verkack ich jetzt nicht alles. So. Jetzt muss ich los. Jetzt. Will jetzt nicht sterben. Teamen. Die zwei. Keine Ahnung. Kann sein. Nein. Tun sie nicht. Ja. Aber der eine versucht zum Teamen. Und der eine will mich einfach nur weglocken. Ja. Ähm. So. Jetzt hast du das. Aus der Pech gehabt. Ich hätte keine Cube aber. Bei. Die Nerven aber auch echt. Das sind richtige Nervensägen. Ich glaube die könnt ihr euch aber auch einmal ein bisschen. Dann holen die Anita. Ja mein. Der hat ja mal wieder gar keinen Bock gehabt. Das ist nun noch eine Anita. Ist das die gleiche? Ich vermute. Nein. Das ist jetzt nicht. Oder. Keine Ahnung. Hat die das zuerst mit den vier Cubes oder? Keine Ahnung. Ja. Schade. Oh. Bitter. Ah. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich hätte auch gern Max aber. Im Moment habe ich ihn noch nicht bekommen. Ähm. Ja. Jetzt auf einmal will er wieder spielen. Ähm. Er muss aber auch bereit machen. Ja. Okay. Moin an den Zuschauern der gerade online gekommen ist. Und schon mal voraus. Sorry für die Verzögerung weil der Stream ist leider allmählich verzögert. Den hole ich mir. Ja. Nois. Moin. Jetzt sind sogar zwei Leute online. Mr. Putenzucker. Dere. Dere. E-Sports Show. Btw. Hype Roll. Ähm. Darf ich mal mitmachen? Na klar darfst du mitmachen. Ja. Super. Jetzt habe ich mir dann auf den live chat geachtet. Die hole ich hier. So. Ja. Endlich ist mal wer online. Das ist ja auch nicht schlecht. Ähm. Ich zeig dir weiter. Danke für dein Abo. E-Sports Show. Like und Abo von mir. Pro ähm. Ehre. Gönnt ihr. Ja. Das schmeckt würde ich sagen. Mein Bruder versucht es jetzt übrigens auch die ganze Zeit irgendwie besser zu werden. Also. Auf YouTube meine ich. Der hat jetzt einen YouTube Kanal angefangen. Ich habe dir jetzt richtig viele Tipps gegeben und alles. Ähm. Aber im Moment hat es noch nicht so geklappt. Für seinen Kanal auf so vielen. Muss aufpassen. Der macht natürlich verdammt viel Damage. Das war nicht ganz intelligent von ihnen. Haben. Oh oh. Das könnte jetzt relativ kritisch werden. Nein. Haben wir. Nice. Ok. Danke. Sag mal den Team Code. Hast du verdient? Also. Fände ich gerade richtig ehrenhaft. Ähm. Danke für dein. Abo. Mr. Putin. Zog. Ehre. Mein Stream dürft ihr auch gerne teilen. Habe ich auch nichts dagegen. Aber wie gesagt. Ihr müsst nicht. Ähm. Hier hast du Team Code. Weil du Abo zock machst. Na klar. Ich finde es einfach korrekt mit anderen Leuten zu spielen. Warum denn nicht. Andere Leute freuen sich wenn sie mitspielen dürfen. Und ja. Ich habe 300 Abos. Cool. Aber ich glaube. Du hast es glaube ich höchstwahrscheinlich auch verdient. Also. Muss ich mal kurz bei deinem Kanal vorbeischauen. Ich würde auch freuen wenn du in Zukunft ab und zu bei den Streams dabei bist. Ja du machst auch Abo zocken sehe ich gerade. Eigentlich auch relativ nice. Und auch schon sehr viele Videos hochgeladen. Ich sehe auch fort mit. So. So. Ich bin's da. Olli. Moin Olli. Zeig mal Team Code. Ähm. Habe ich schon. Ach so. Ich muss auf andere Modus umstellen. Ja. Ähm. Da oben ist Team Code. Warte. Ich kann dir auch so zeigen. Hier ist der Team Code. Jetzt ist er größer. So. Wie geht's? Mir geht's gut. Ähm. Mr. Bruder. Also. Olli. Und dir. Wie geht's dir so? Zeig mal Team Code. Ich zeig den ganze Zeit schon den Team Code. Da ist eh oben links in der Ecke. Und. So. Jetzt ist drin auch nochmal. Und. Sorry. Wegen der Verzögerung. Die ist relativ hoch. Und mir fort. Die muss ich dann etwas zurücksetzen. Ich bin lost. Sorry. Kein Problem. Macht das nichts. Und. Versieht sich eben auch mal. Kennst mich eh noch. Oder? Ähm. Mr. Bruder. Ja. Mir geht's gut. Das ist. Nice. War schon echt lang nicht mehr von dir gehört. Aber falls ihr euch fragt. Was ist. Ähm. Ein. 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 Aber es muss ja nicht jeder so viele Trophäen haben. Hab nicht so viele Trophäen. Äh, so, ja, hab ich schon gelesen. Ähm, bin da. Ja. Esports. Joel. Joel. Ja. Was, du hast nicht so viele Trophäen. Du bist eh voll gut. Ähm, so. Ich weiß nicht. Jetzt macht es schon wieder richtig Spaß zum Streamen. Aber, ähm, vor so 20 Minuten war ja noch gar nichts. Also, so vor 15 Minuten seid ihr dann gekommen. Ab hier hat es noch richtig gemacht wieder zu streamen. Aber ich glaube, das könnt ihr euch hier alle gut vorstellen. Wenn niemand den Stream gerade anschaut. Betonwasser, es war ab und zu schon. Glaub ich, wäre online. Aber, ja. Nicht immer so viele. Ähm, und Oli. Falls du gerade versuchst, mir vielleicht irgendwas auf WhatsApp zu schreiben. Also, ich kann es gerade nicht anschauen. Ich habe nämlich WhatsApp stumm geschaltet. Beziehungsweise, ich habe gerade die Benachrichtigungen ausgeschaltet. Das ist riskant, was du machst. Aber so ist, man kann es ja probieren. Ich glaube, du spielst nicht so schlecht. Also, im Moment. Ich finde nicht, dass du schlecht spielst. Im Moment kannst du leider nicht gleich so viel machen. Also, setzt sie sicher gleich den Bären auf uns. Oh, oh. Na ja. Was soll's. Aber das passiert eben ab und zu mal. Da muss ich aber auch nicht ein bisschen aufpassen. Ich will nämlich nicht frühzeitig sterben. Schreibt mir übrigens auch gerne was in den Chat. Weil, ich vermute, dass jetzt, ähm, eSports, ähm, Joe, nicht so schnell, äh, beziehungsweise eben nicht in den Chat schreibt. Und es macht echt Bock, wenn man Kommentare vorlesen kann. Die Rose bekommen wir. Nice. Aber was soll's jetzt? Ist nicht mehr verrückt. Ja, kann man nichts machen. Die waren aber auch echt stark. Kannst ja gerne mal wieder mit mir spielen, beziehungsweise schreiben. Na klar, ähm, schade, na ja. Nur weil wir einmal nicht, ähm, erster oder so geworden sind. Das ist ja nicht schlimm. Ähm, na ja. Na klar, sagen wir gehen gleich in die nächste Runde. Ähm, und, ähm, Mr. Buddha nun sogar. Will, also hast du auch Ballstars und spielst du auch Ballstars? Das weiß ich nämlich nicht. Oh, und übrigens, Mr. Buddha, ähm, kenn ich auch gut, weil er in die Klasse von meinem Bruder gegangen ist. Bist du Bro, ähm, na ja, ich bin nicht der Beste, aber ich kann schon ein bisschen spielen. Aber wie gesagt, definitiv nicht der Beste. So, mit Ems habe ich schon lange nicht mehr gespielt, also, na ja. Ich versuche jetzt einfach mal, vielleicht wieder ein paar Abonnenten zum dazugewinnen. Okay, das war gerade gut, gut ausgewichen. Da musst du aber aufpassen, die Papa macht echt gut Schaden. Aber die können wir immer doll holen. Ah, ich muss aber aufpassen, wegen der Bi hier. Aua. Ja, die haben wir, das ist schon mal gut. Ja, okay, kannst du schnell den Qpolen. Ich habe leider nicht zu viel Leben, oh oh. Ja, das ist unangenehm. Bumm. Nice. Die Qpos konnte ich leider nicht mehr eins haben, sonst wäre ich gerade hin. Ja, okay, da kann ich jetzt nicht mehr viel ausrichten. Ja, rip. RIP für mich. Tot. Ja. Aber so als zweiter, das ist auf jeden Fall gut, finde ich. Können wir gerne nochmal probieren. So können wir gut spielen. Und du kannst auch echt gut spielen. Also, für das, dass du in Anführungszeichen nur 4600 Trophäen oder so gehabt hast, bist du eigentlich relativ gut. Also, ähm, Oli, willst du auch mitspielen? Wenn du willst, ähm, sag Bescheid. Es macht echt richtig Spaß mit euch zu streamen, wenn ein paar im Chat online sind. Okay, ich glaube, ihr checkt gerade nicht, dass es schon losgeht. Naja. Kann auch mal passieren. Immer läuft eben auch nicht alles perfekt. Oh, oh. Nicht solcher, also wenn ich auf den El Primo gehen? Ja, doch. Können wir ein bisschen auf den El Primo gehen? Also, ich glaube, die werden jetzt eher relativ angekesselt. Ups. So schnell kann es gehen. So. Schnell warten, dass du auch die Cubes bekommst. Jetzt haben wir nämlich auch beide Good Cubes. Ich gehe auf den währenddessen. Ja, den sollten wir jetzt nicht alles Schiffluft haben. Ja. So. Schnell weg. Jetzt haben wir auch wieder Good Cubes. Nein. Wieso ruft mich auch immer irgendjemand in der Aufnahme an? Das verstehe ich nicht. Aua. Ich muss mal kurz los. La la la. Uff. gut zielen. Der war lost. Und den haben wir auch. Nice. Ich habe keinen Browser-Solver. Okay. Na ja, macht auch nichts. Hätte gerade sofort gedacht, weil du gesagt hast, ähm, na ja. Ähm. Ich bin mit PC im Star. Was meinst du damit? Also im Stream. Ne, ich habe geschrieben. Danke. GG. Ja. Was ist Amy? Kannst du Testspiel machen? Ähm. Ja, können wir auch machen. Ähm. Moin an die E5 Live-Tuschau, die gerade online sind. Ähm. Abonnieren. Liken. Natürlich nicht vergessen. Im Stream. Ja. So. Ähm. Das Testspiel. Assi. Ami. Ähm. Na klar. Kann ich machen. Ähm. Ähm. Ich habe schon so lange kein Testspiel mehr. gespielt. Muss mal schauen, wo man das vorbein stellt. Ähm. Ähm. Nein, hier macht man Kite-Spiel. Und ja, ich weiß, ich bin gerade richtig lust. Und zocke mit Tandy. Okay, was? Ähm. Okay, irgendjemand hat gerade einen Disglock da gelassen. Warum auch immer. Schade. Aber jeder sollte seine eigene Meinung haben. Wenn necesit. Irr wem das Video. Also in dem Fall der Le supuesto. Der hub nicht gefällt, dann eben nicht. Aber naja. moin an die sechs aktuellen zuschauer die gerade online sind gerade echt lost ne warte ich stelle mal so ein dass du auch hereinkommen kannst jetzt mal ganz ehrlich ich weiß gerade nicht wo man das einstellt das alle ein abo da bleibt da leichter er ist ein ehrenmann er hat es verdient danke dass du den jetzt bremst sich hier noch ganz thema bei meinem kanal dabei schauen wenn du zeit hast na klar gar nicht bringt vielleicht auch aktuellen videos muss ich auch mal schauen ich muss ja auch mal schauen jetzt ein test spiel macht die bild gerade so lost ja du bringst tatsächlich ab und zu ein paar videos das sind einstellungen habe ich das gerade übersehen test spiel dann möchte ich sagen du bist bereits in einem team hä ach so ok tritt redet er noch mal schnell neu bei dann kann ich ein test spiel machen du bist noch online aber was sollst du kannst ja probieren so wir haben jetzt funktioniert es auch ich würde es halt noch mal stark behaupten welche map keine ahnung dass die aktuelle map oder nehmen wir einfach die aktuelle map so und abonniere nicht vergessen wie es fort die ganze zeit hinein spämmt bis da und sogar hey leute er ist ein guter freund von mir gebt ihm alle ein abo er hat es verdient ja ehre an alle leute die mir ein abo geben und generell an alle leute die überhaupt einmal auf den stream geklickt haben was alle ein abo da ok jetzt bremst du den ein jetzt macht wenn man ja eh noch nicht so viel blöde wird es dann erst wenn wirklich mal ein paar mehr leute online sind also jetzt mit fünf zuschauen ist das eh relativ gut eigentlich aber wenn dann wirklich mehrere leute online sind ist das relativ blöd so hier ist übrigens meine spieler idee zeig code code steht zwar wieder links oben in der ecke aber na klar übrigens also wie gesagt ihr könnt mich gerne als freund adden also ja ja er ist jetzt ein code wieder groß ich weiß nicht ob er hat dann noch mal schnell geheißen ob assist army überhaupt noch online ist kann auch sein dass er offline gegangen ist und einfach ein dislike da gelassen hat kann ich mir irgendwie gerade gut vorstellen weil ich eben nicht sofort ein Testspiel gemacht habe beziehungsweise weil die verzögerung ein bisschen größer ist also ich glaube ich habe eine verzögerung leider von so 20 30 sekunden sogar je nachdem manchmal weniger manchmal mehr ich musste etwas umstellen aber ich habe das bei ihnen ist dieses film vergessen zu umstellen nehme f a an na klar annehmen so ok da bist du auch drinnen will jetzt noch irgendwer mitspielen oder nicht wenn ja einfach in den chat schreiben ich würde sagen wir spielen einfach mal oder aber ich spiele mit mit okay ich bin mit einer so op baller so mal schauen mal schauen kuss ja kuss geht raus auch an dich du bist nämlich ein richtiger ehrenmann aber ich glaube irgendwie echt dass ähm assist army ein dislike da gelassen hat und offline gegangen ist kann ich mir sehr gut vorstellen jo wir lassen dort ok den ersten habe ich und vier cubes also so schlecht ist auf jeden fall schon mal nicht ok er hat auch einen und der bot spammt mal wieder richtig hart hinein ich hole mir gleich die doppelkiste dass ich nicht so weit laufen muss nice kuss auf den nacken ja in der tat ja so das hätten wir dann mal erledigt das kleine probleme so jetzt habe ich hier oben noch ein großes problem und zwar auch gott jetzt beim der wieder drauf der nervt so richtig ernsthaft kaum geht man ganz kurz weg gehen ein schon wieder alle also dann ja das sind halt bots ich hoffe ich verrecke jetzt nicht noch wahrscheinlich verrecke ich jetzt auch noch wäre zumindest typisch für mich ja was ist die logik vom bot ja ok ist halt bot muss man auch ehrlich dazu sagen ich muss jetzt auch kurz regenerieren ich will jetzt wirklich nicht verrecken gegen einen bot naja ok ok ist ein ehrenmann tot tot ja naja immer kann man eben nicht gewinnen das mal wirklich team und ganz am ende dann 1 1 2 1 machen ok also am ende dann muss es dann gut laufen ich nehme jetzt einen anderen ball der eigentlich nicht so gut ist für die map aber irgendwie habe ich gerade bock den zu spielen das angriffe verursacht angriffe verursacht angriffe schaden bei maximalen ok ja was ist nice trifft bei bei einem gegner mit ihrem angriff angriff ist das vor nein der ist viel besser das nicht so geil das besser ok ja das ist nice also wir schauen am ende dass wir mal gleich viele cubes zu kriegen ist natürlich jetzt relativ schwer aber wir versuchen es einfach was ist gerade mein ziel aber ja ja alles klar ja ähm ich bin gerade definitiv nicht der pfeil gestellt das ist gerade traurig was ich gerade aufgeführt habe ich habe auch pfeil echt nice ok ähm lasst dann nochmal eine runde so spielen ich war neugierig ob wir es ob ich es zumindest einmal überlebt weil ich war gerade so lost sorry ähm hey Leute habt ihr Bock ähm auf Fortnite oder habt ihr Bock auf Fortnite zu sehen ähm kann ich mitspielen cool die wie na klar kannst du mitspielen lass auch gerne einen Abo und nicht like da du musst zwar nicht aber ich würde mich sehr darüber freuen ich kann mich so schaue ich gerade so einen Bot zu also der hat mir wirklich wahrscheinlich gekillt ähm warte ich zeig dir gleich den Teamcode ähm und ich glaube ähm wie ist der Bruderzucker ähm ja ok er hat auch kann man nichts machen jedenfalls ähm ja ich glaube ähm bei ihm gibt es coole Fortnite Videos oder coole Fortnite Streams so habe ich gesehen zweiter Platz ich habe es gesehen ähm probieren wir es aber nochmal weil ich habe gerade leider komplett verkackt da ganz so laust hab ähm ok nice wäre also hast du schon früher schon mal ein Abo da gelassen wäre weil ansonsten wenn du abonnierst zeigt wird es schon gewöhnlich angezeigt außer ich hätte gerade nicht hingeschaut sonst ja ähm hier ist der Teamcode kannst du schon kannst du gerne beitreten hier ist der Teamcode noch mal groß aber gesagt dass alle Leute die gerade online sind ihr dürft liken und abonnieren und ich würde sie auch sehr freuen aber ihr müsst nicht ich bin nicht so die anderen youtuber die sagen wenn ihr nicht abonniert und likt dann habt ihr für euer restliches leben pech oder so oder wenn ihr nicht leicht sitzt morgen eine riesige spinne auf eurem wc das mache ich definitiv nicht ja mal bis dann also die strategie für uns ist jetzt weißt du vorher noch nicht um was wir fahren man zuerst und am ende können wir dann also gegenseitig spielen also bitte zuerst nicht gehen erst wenn alle bots weg sind damit wir eventuell die cubes haben okay hast du uns dort ist gott ich habe beides auf insta bin ich richtig inaktiv also da bin ich einmal im monat wenn überhaupt online wollten ja jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr aber da wusste ich eigentlich so gut wie nie war es aber die scott habe ich da bin ich jetzt dann ist schon ein bisschen beim arbeiten für einen neuen also für eine neue gruppe wollte schon sagen für einen neuen server okay also nächstes mal vielleicht beim nächsten stream habe ich schon die scott link unten in der beschreibung und auch so leute noch mal ich habe einen spenden link in der beschreibung den dürft ihr auch gerne benutzen also natürlich ihr müsst wieder nicht und ich finde es selber auch fast sinnvoller wenn ihr das geld für etwas anderes ausgibt für youtube aber wenn ihr gerade wollt also dann steht euch nichts dazu im weg und was ist heute denn los ich glaube genau in den karl hinein ich bin heute schon wieder so lost okay aber der karl hat eben auch drei cubes gehabt aber naja was ist heute wirklich los jetzt will ich wirklich mal haste los sind in den chat sehen haste glorking lost normalerweise habe ich bessere same ich glaube ich spiele jetzt mal wenn spiele ich ich weiß nicht mal schauen wenn ich spielen soll ja okay der bot einfach aber auch zu heftig kann man sagen was man will dritter platz okay was weiß ich muss jetzt auch definitiv einen anderen vornehmen was soll es sich nehmen wie was ist das da war ich nehme glaube ich dass das glaube ich wollte ich weiß nicht was ist jetzt los ich muss wirklich ich gehe es ja von der box weg die kind mich sonst die ganze zeit konzentriere mich gerade zu viel auf den livejet er gerade ist wirklich richtig lustig mit euch mit fünf live schauen ist ja auch mal erst allein aber er ist ein irrenmann er hat es verdient mit übrigens wenn ihr öfter bei stream online sind dann können wir auch gerne mal über mod reden weil ich brauche auf jeden fall ein paar neue mod beziehungsweise braucht gerne einmal mod weil ich habe im moment gar keine hast gut gespielt aber ich war gerade echt lust so jetzt bereit und nicht wundern dass ich gerade nichts denn ich nein du hast nicht los ich bin nämlich gerade unter einen anderen account mehr oder weniger angemeldet und ja mal endlich auch bereit geht aber du musst nächstes mal die leid haben lost lol king zu uns wissen die anderen leute nicht wer da lust ist aber ich glaube es ist zum denken dass ich so lust will ich habe gedacht das lädt sofort auf das lädt definitiv nicht vor sofort auf ich glaube ich habe da irgendwas nicht ganz gecheckt bei der star power von b also sorry 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 ich habe deinen namen noch nicht gesehen ich brauche auch cubes ja moin ok was sollen wir jetzt noch groß machen so ok ich würde sagen wir bekämpfen uns jetzt gegenseitig wenn soll ich jetzt nur gehen knapp knapp okay jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich nämlich die tatsache dass er hat natürlich auch sein und die soweit oh habe knapp ich noch geholt hätte ich gehe dann mal ich werde nämlich abends stimmen und ich muss noch was erledigen immer klar passt vielleicht habe ich dabei das film auch mal vorbei also ihr wisst bescheid könnt ihr auch gerne bei sein stream vorbeischauen also bei mr bodezucker beziehungsweise ollie aber zwar ist das nicht schlecht das kleinste zone ok die kleinste zone ist nicht so wir müssen irgendwie schauen dass alle gleich viel cubes haben ja dann nehme ich jetzt aber auch mal wieder einen anderen baller ich spiele jetzt einfach mal wenn ich bin ich mit solchen baller kann ich gut spieler ist nicht ab ich nehme mal ich nehme mal bow so kleinste zone ok wir schauen dass die zone relativ gleich ist und schaut bitte dass wir alle relativ gleich viele cubes haben weil nicht dass der eine spieler dann wieder 10 cubes hat oder so und der andere dann 2 also die anderen 2 eben 2 das ist nämlich blöd aber wir haben es zumindest schon mal geschafft nicht alle zu verlieren von den potzern so dass du ihm darf seit einer stunde eine stunden stimmt auch mal ist aber ich werde sicher noch ein bisschen strömen also ein bisschen habe ich schon noch bock somit euch macht ja auch richtig viel spaß eigentlich und eigentlich leute ist bei euch jetzt auch schulfrei normal schon oder weil bei uns ist jetzt alles geschlossen also beziehungsweise heute wäre sogar schule gewesen aber es haben sich alle schon abgemeldet von der schule also alle eltern haben sich schon beschwert ja den bot hole ich mir ist natürlich blöd wenn ich nie weiß wo er ist was ist denn seine logik ja man erkennt dass das ein bot ist man erkennt es definitiv so schaut mal alle dass ihr ein paar cubes habt aber nicht zu viel also schaut dass ihr alle relativ gleich viele cubes habt das ist schon mal gut ja man wer auch noch in meine granaten hinein läuft unangenehm ne warte ist das eine von uns oder ist das der bot nein ist der bot habe ich schon gedacht ja man ist nur mehr showdown ja man beide gleich viele cubes das ist schon mal gut wer genau neben mir läuft ähm warten wir noch kurz auf eine etwas kleinere tone das wirklich fast nur mehr das ganz das kleine ist und glaube ich jetzt tue es ernst du musst du mich schon anhäten Jetzt hast du ein Problem, ne? Ja, ja, jetzt trug ich das hier natürlich. Ja, willst du jetzt feiten, oder willst du jetzt? Keine Ahnung, was. Ja, ich glaube jetzt geht's, oder? Ja, mein Junge. Ähm, warte, bis du noch voll HP hast und dann geht's los, würde ich sagen. Nein, jetzt kein Teaming mehr. Jetzt geht's los. Bis auf kleinste Zone warten ist blöd. Ja, du wirst uns jetzt verrecken. Ey. Du kannst jetzt nichts mehr machen. Naja, was soll's. Ja, wie er mich wirklich noch killen wollte. Wie klein die ist, ja. Die geht dann komplett zusammen, bis sie komplett weg ist. Und deshalb ist das auch blöd mit der kleinsten Zone irgendwie, weil man dann zu nichts mehr kommt. Ähm, naja. Wollt ihr was anderes spielen, oder wollt ihr noch ein paar Runden Testspiele spielen? Das ist ja jetzt gut zum wissen. Das jetzt nicht killen. Achso, also nochmal Testspiel. Ja, okay, kann ich mir machen. Testspiel. Ähm, Showdown. Testspiel. Showdown. Ähm, mit dem. Ja. Ähm. Ich möchte den Ball retten. Na klar. Ich muss eben aufpassen, weil ab und zu schickt mir auch Leute eine Anfrage. Darf ich mitspielen? Na klar. Ich habe gerade nur auch für seine Gruppe verlassen. War nicht mit Absicht. Und wenn alle Leute gerade online sind, würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen. Ja, ich mache gerade, kann man wirklich schon fast zu sagen, ein Battle gegen meinen Bruder. Und er versucht es wirklich mit allen Tricks mich zum Besieg noch mehr Abos zu bekommen wie ich. Beziehungsweise besser zu werden wie ich. Und das dürfen wir ihn nicht lassen. Also Leute, ihr wisst was zu tun ist. Abonnieren. So. Ähm. Ich probiere es jetzt aber auch mal mit einem anderen Brawler. Ich würde sagen, ich versuche es jetzt einfach mal mit. Mit wem? Ähm. Mit Carl. Die heißt auch ganz cool. Oh, warte. Was ist das? Star Power. Powerful. Carl. Er wirft seine Spitzsäcke mit 13% höherer Geschwindigkeit. Dadurch erhöht sich die Fluggeschwindigkeit. Ähm. Okay. Oder das. Während Carl Superskill hält, wird sämtlicher Schaden der... Nein. Das ist besser. Okay. Was machst du eigentlich mit RRD? bereit. Moin. Auch wieder. Und die Leute, die gerade online gekommen sind. macht bereit. Ich war schon lange auf bereit. Okay. Das hat gerade schnell geladen. Ja, mein, da ist schon ein Carl-Bot. Okay. Tja. Wieso bin ich schon wieder so lust? Das, naja. Kann ja wieder nur schief gehen. Ich glaube, ich war gerade der erste, der gestorben ist. Oder der zweite? Erste hat... Nein, gleich... Ich war gleichzeitig eben. Keine Ahnung. Wer jetzt der erste, der der zweite war. Wer jetzt ist ja gerade bei gleichzeitig gerittet. Naja. Das habe ich irgendwie nicht kommen gesehen. Nein. Der Bot ist doch echt stark. Da kann man auch ehrlich sagen, was man will. Naja. Ey. Ja, du wirst anscheinend auch gekillt. Von wem wurdest du gekillt, habe ich nicht gesehen. Ja, Moinzeln. Der killt. Achso. Ja, lass mich wieder warten bis zum Ende, okay? Nicht zur ersten Zeit. Ich glaube, ich nehme jetzt auch... Ja, okay. Ich probiere es noch einmal so. So. Ich brauche es schon. Bereit machen! Ja, Mann, ich habe gerade noch zwei Streams offen. Bei dem einen habe ich noch 46 Abbaus, bei dem anderen habe ich 47. ich glaube es... Oh, und... Pukki. Aha. Ähm... Wie meinst du Pukki? Hat Pukki ein neues Video hochgeladen? Aber meinst du, dass... Also ich gerade einer namens Pukki beigetragen habe, hat wieder verlassen, weil ich habe gerade nicht geschaut. Ey. Danke. Okay, das ist definitiv kein Danke mehr. Ja, Moin hat mir gerade meine Cube gestohlen. Ey. Sorry, Bro. Der holt sich schon wieder die ganzen Cubes, ne? Ich sollte auf jeden Fall... Ach ne, jetzt läuft immer wieder die ganze Zeit hinterher. Es sind noch Bots da. Lasst zuerst die Bots killen. Und schaut, dass wir alle ziemlich gleich viele Trophäen haben. Also, bitte sammle du jetzt keine Trophäen mehr ein. Sonst wird es echt ungefähr... Ja, Moinzen. Die Jelle hätte ich ja fast wegrasiert. Ach, sorry. Autofire. Hach. Irgendwie... Ich glaube immer, es zählt so anders hin und dann doch nicht. Naja. Okay. Das heißt, jetzt habe ich gar keine Chance, weil... Er hat zwölf Cubes und ich habe zwei. Ähm... Naja. Der jumpt wahrscheinlich auch mal auf mich und ich bin hin. So, ich würde jetzt sagen... Ähm... Wir fighten jetzt. Oder? Ja, die fighten. Ja, ich würde sagen, es geht los. Der wird jetzt so safe direkt auf mich jumpen. Ja. Waren wir auch zu mal warten. Naja. Schaut mal bitte, dass wir alle ziemlich gleich viele Cubes haben. Oh, sammelt mal alle so fünf Cubes auf und dann bitte keine Cubes mehr aufsammeln, dass es fair ist. Oha, wer ihn wirklich noch holt. Stabil. So. Nein. Ähm... Jetzt benutze ich aber auch mal eine meiner Lieblings-Spauler. Ähm... Ja. So. Easy. Ja. Du bist echt gut gespielt und von wegen. Du bist schlecht. Du bist richtig gut. Also für das, dass du, wie gesagt, wieder nur... ähm... so wenig Cubes hast, bist du echt gut. Also, naja, darf man nicht meckern. Ey. Jetzt habe ich meine Cubes ein. Aua. 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 Ja, jetzt kann ich dir gerade nicht helfen, weil ich bin gerade selber so behindert. Und jetzt... Wann wird er wieder alle Cubes stillen? Der kann's richtig gut Cubes stillen. Aua. Wie er schon wieder meine Cubes aber stillen wollte, ne? Passt bitte auf, dass ihr nicht zu viele Cubes bekommt, weil sonst wäre es wirklich unfair, wenn er jetzt wieder zehn Cubes hat oder so und... Ja. Ja, okay. Jetzt kann er auch nichts mehr groß machen. Ey. Okay. Das war gerade aber nicht als vorher eSport. Also, naja, ne? Da läuft definitiv fast nicht mit rechten Dingen. Die Shelly und die Pam. Oh, ähm... Okay, die haben gerade definitiv gelegt. Wer gewinnt? Ach. Ja. Diese Bots. Und so, wer killt mich auch noch? Oh Gott. Ach. Uff. Und jetzt killt sie wahrscheinlich ihm noch. Das wärs. Nein, aber das müsst ihr jetzt locker schauen. Okay. Was soll die noch rausrichten? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, mein, da lebt ja sogar noch wie jemand. Kann eben niemand anderes zuschauen. Ja, mein, der eine Bau lebt noch. Ja. Ja, jetzt sieht's nicht ganz so goldig aus mit dem Leben. Ah, die Bots sind gerade gar nicht so schlecht. Oha. Die Bots sind gerade gar nicht so schlecht. Also, naja. Ich hab keinen Bock. Bock. Ok. E-Sport wartet nicht bis zum Schluss. Ähm, ja. Das war gerade unfair leider. Ähm. Naja. Was soll's. Ähm. Wenn du mitspielen willst, kannst du gerne wieder beitreten, aber dann muss E-Sport eben wieder aufpassen. Weil der mich gehittet hat. Wenn du ihn glaub ich auch, wenn du ihn einmal hittest, hittet er dich auch. Und dann, ja, fängt's wieder zum Streiten an. Ähm. Naja. Ähm. Ich würd sagen, ich bin jetzt auch wieder normal, du es, oder? Oder wollt, will irgendjemand von euch mitspielen? Einfach nur in den Chat damit. Der Boxer hat mich gehittet. Dann bin ich drauf gegangen. Ähm. Ja. Es ist halt so. So. Okay. Ähm. Warte kurz. Ja. Okay. Hey. Wieso bist du jetzt wieder? Du hast. Ja. Du hast. Ähm. Warte, ich hätte mal eine Freundschaftsanfrage. Warte, dann komm du bitte kurz nach. Dann spielen wir einfach irgendwie hier so Brawl Ball oder so. Oder. Was wollt ihr? Brawl Ball? Kopfgeldjagd? Oder Jugendjagd? Ihr dürft entscheiden. Oder wollt ihr doch wieder Testspiel? Ähm. Team. Team Einladung. Nein. Ich komme nicht in dein Team. Team Einladung. Nein. Ich komme nicht in euer Team. Du kannst in mein Team kommen. Gleich wie du. So. Du kannst auch noch kommen. Annehmen. So. Ähm. Was wollt ihr? Duos oder? Ich mein Duos. Wollte ich schon sagen. Ähm. Juwelenjagd? Wallball? Oder Kopfgeldjagd? Nein. Wieso? Nein. Wieso? Okay. Ball Ball. Ähm. Dann nehme ich Frank. Frank ist einfach so gut für Ball Ball. Wo ist er? Wo ist Frank? Ich bin gerade blind, ne? Ich bin gerade ganz ehrlich blind. Hä? Offline? Warum bist du offline gegangen? Warum bin ich aber auch? Wie blind bin ich gerade? So bin ich gerade bei denen vorbei. Hier ist er. Ähm. Ball Ball. Ähm. Ja. Jetzt wäre es natürlich noch interessant. Wo er hin ist. Ich glaube er hat keinen Bock mehr gehabt. Ähm. Tut mir leid auch wenn du offline gehst. Ähm. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd. K. 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 Äh. Sorry. Wieso sorry? Sorry. Wieso sorry? Ich habe jetzt Tick. Achso. Macht ja nichts. Tick ist eh gut. Mit Tick kann man immer mal spielen. Nice. Oh. Jetzt zielten die auch noch den Kilo. Oh oh. Ja. Hörb. Kann ich nichts machen. Hörb. Da war ich mal mit dem Sandwich Wings. Spam. Nein. Spam. Es ist echt belastend. Glaube ich für dich. Also. Schreiben und nebenbei spielen. Das ist sicher richtig schwer. Bzw. Ich weiß es ist richtig schwer. Das kann ich nämlich selber nicht so gut. Okay. Erst hin. Müssen wir nur mal hier ein bisschen aufpassen. Ja. Äh. Hau lieber ab. Ja. Kann man nicht machen. Bisschen. Schade Marmelade. Okay ähm. Welchen Bruder soll ich nehmen Leute? Schreibt mal in den Chat. Ne ne. Geh. Ähm. Schreibt mal in den Chat welchen Bruder ich nehme. Ich bin schnell mit schreiben. Okay. Achso. Geh. Hast du geschrieben. Ich hab gelesen. Geh. Ach. Da sieht man mal wieder meine Deutschkenntnisse. Leute. Ja. Schreibst du safe wieder. Ich geh etwas in den Chat. Oh. Und übrigens Leute. Bei ähm. Achtung. Also. 58. Wollte ich schon sagen. Bei genau 50. Aber es gibt es vielleicht. Oder vielleicht. Dann gibt es ein. 5 euro google playkarten gewinnspiel. Auf den einen. Ehm. Monitor. Sehe ich. Wie ich spiele. Auf den anderen. Dein Stream. Okay. Nice. Ja. Aber okay. Irgendwie. Ich muss auch. Multifunktionsdurchtig sein. Ich schau nämlich die ganze Zeit auf mein Handy. Und nebenbei muss ich die ganze Zeit auf den Laptop schauen. Oh oh. Jetzt muss ich mal los. Nein. Oh oh. Das hab ich gerade nicht kamen gesehen. Ah. Aufweichen. 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 Killing. 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 Ja. Okay. Jetzt hab ich ein Problem. Ja. Okay. Das ist echt OP. Wenn der 7 cubes hat. Okay. Jetzt sieht es wieder nicht ganz so goldig aus. Mit den live zu schauen. Um Ehre noch an den der ein Like da gelassen hat. Abonnieren dürft ihr natürlich nicht vergessen. Leute. Ein bisschen wird ich ihn noch streamen. Also ich werde jetzt nicht sofort aufhören. Aber. Ein bisschen. Also ein bisschen werde ich schon noch streamen. Oh oh. Ja. Wie schnell hat denn die mich bitteschön gerade gekillt. mein muss. Ja. Was soll man machen. Naja. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los. Jetzt auf einmal bitte nur ein live zuschauer. Da vermute ich mal. Da vermute ich mal. Stark ist. E-sports. Joe. Nein. Obwohl das bin wahrscheinlich ich. Wäre ich gerade auf der Computer schauen. Außer natürlich. Es geht jetzt wieder sofort alle Leute auf. Dann werde ich den streamen wahrscheinlich bald beenden. Weil ich finde es nicht so cool. Wenn ich fast nicht mehr zuschaut. Ja. Es sind schon wieder vier Leute online. Moin an die vier Leute die gerade gekommen sind. Lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Okay. Ja. Moin. Ja. Bin ich. Okay. Wer hat sicher gerade irgendwie bei mir geleckt. Weil ich habe erst jetzt daran gedacht. Ich bin ja gerade an einer zweiten PC online. Da muss ich ja normalerweise immer anzeigen. Dass ich online bin. Also dass eine Person online ist. Das habe ich gerade immer anzeigen. Da müssen wir sonst. Aua. Aua. Das könnte richtig schaden. Okay. Ich habe es überlebt. Alles gut. Ach ne. Der Deine Mike. Deine Mike und Shelly machen Faxen. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Weil jetzt haben sie kassiert. Der macht eben auch relativ gut Schaden. Die Shelly bekomme ich auch noch. Nice. So. Neun Cubes. Das läuft gerade gut. Darf man sich demniv nicht beklagen. Ja moin. Der Agrad ist schon halb hin und bringt auf uns. Was ist seine Logik? Ja. Jetzt wenn nicht gerade alles schief läuft. Müssten wir eigentlich gewinnen. Ja. Der hat gerade gesagt. Hashtag Winning. Ja. Das ist richtig. Ja. Was macht er jetzt? Jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein großes Problem. Und Grip. Oha. Oha. Help me. Ähm. Wieso? Wir sind ja eh erster. Oh schade. Jetzt sind wieder nur zwei Leute online. Du bist ja wieder aufgegangen. Bzw. Muss ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. und ganz ehrlich ich will es auch nichts gar ich will es auch gar nicht verstehen hallo wir sind schon in der runde gedacht du kannst das währenddessen ich will nicht immer den anfang allein machen da braucht jemand hilfe aber ich kann dir keine hilfe anbieten ja die haben wir den boxer können wir auch holen hilf mir müssen wir aufpassen dass er nicht uns holt ich muss kurz regenerieren jetzt hat das problem ist aber auch echt relativ stark kann man sagen was man will sieht auch wieder gut aus fünf cubes ist da wer drin wo hab ich gerade okay schaut doch nicht mehr ganz so gut aus nein tut es definitiv nicht ja jetzt habe ich glaube ich verloren ja okay was sollst machen trotzdem alles dritte ist gut verzögerung du weißt ja nein naja ich finde bloß sieben schmeckt bei mir auch schon relativ aber wie lange geht es darum bis ich mal bis mal aufpassen im live stream der titel hat boah saas live deutsch aber zocken ich erreiche 11.000 trophäne oder so oder schaffe ich die 11.000 trophäne irgendwie so genie ich habe gedacht du bist ein genie ja mein die jesse hat mich ja mal wieder anders weg gefegt du hättest du den coupon können aber was sollst okay die runde ist sie gerade nicht so goldig aus jetzt muss ich mal wieder einen trick anwenden der eigentlich kein trick ist muss einfach schauen weil ich weiß ob ich spuren sehe wo jemand hinein gelaufen ist kommt den bauern wir haben wir auch wieder ein paar cubes aber die ersten werden wir glaube ich nicht weil da ist eine schelle mit 8 krebs beziehungsweise die ist nicht gerade gestorben hatte die 8 krebs ich glaube keine ahnung ich weiß es nicht genau weil es ist echt wieder sehr abwechslungsreich sind gerade wieder zwei zuschauer dann sich durch waren gerade wieder ganz kurz fünf okay dann haben wir auf jeden fall das ist schon mal gut herr moin sie hat noch einen bär und sie hat auch noch eine relativ gute chance okay jetzt blöd habe knapp nein nein ja ok jetzt sind wir dort jetzt haben wir keine chance mehr aber es hätte funktionieren können was geht noch willst du mitspielen jetzt kann man wieder der gute alte moderator ja der wahrscheinlich gerade erst jetzt bemerkt hat dass er moderator ist ich kann heute leider nicht okay ist nicht so schlimm was du dich fragst warum du moderator hast du warst in letzter zeit einfach immer online habe ich mir beziehungsweise so gut wie immer online habe ich mir gedacht du bist ein ehrenmann was sollst du bekommst auf jeden fall mal mod also ich glaube auch vertrauen also ich glaube nicht dass du so einer bisher einfach da die ganzen leute vom kanal band und wenn ja dann wäre relativ blöd gedacht da ist noch jemand drin da ist unsere chance die können wir uns holen da habe ich und den frank bekommen wir auch nice ja also wenn wieder nicht alles schief läuft müsste das auch der win sein danke bro danke dir wirklich du hast wirklich verdient fände ich und auch e-sports show gg du hast auch gerade als ich eine relativ gute chance dass du vielleicht wieder dass du auch mit bekommst du musst vielleicht bei ein paar streams online sein und nach kürzester zeit nach kürzester zeit wenn du mal bei 23 streams online bist dann bekommst du auch sicher mod ich glaube ich versuchte jetzt noch die ich habe keine neue namen von meinem war vergessen hashtag lost sag ich jetzt einfach mal mit dem volk wenn ich gerade spiele ich fühle mit denen heute noch leute 20 erreichen ich bin gerade echt los ne als ob ich gerade währenddessen ich spiele den namen von dem volk vergessen was ist heute auch schon wieder los ne ähm ähm alles klar da habe ich gerade auch definitiv nicht gerechnet geh weg von denen die sind mega stark die machen mega viel damage wie kann man mod werden indem du bei mehreren streams online bist und auch sehr sympathisch also sympathisch bist du auf jeden fall schon da gibt es bei dir nichts mehr ja man kaum komme ich zu den cubes will sie mich kennen jawohl jawohl alles klar ms ah ok danke ich versuche es noch ms zum hochleveln aber wie gesagt ich kann jetzt also ich werde wirklich das gewinnspiel machen aber leute ihr müsst 1 verstehen es wird erst etwas später kommen ich kann es nämlich sicher nicht sofort machen wegen dem coronavirus und erstens ich habe meinen rat nicht das ist gerade in salzburg ähm bei der firma ghost weil das rad ist von ghost und ja jetzt ist das es ist was kaputt na kaputt kann man nicht so richtig sagen aber ähm ich habe die möglichkeit am lenker meines mountainbikes ähm die federung einzustellen also nicht einzustellen ein- und auszuschalten und das spinnt ich glaube da ist die feder zu schwachen jetzt kann ich es nicht mehr vom lenker ein- und ausschalten und das das erfordert relativ viel arbeit und ähm glaube ich immer dort auch spezielles werkzeug und jetzt muss man vorn eben mit den kompletten stoßdämpfer glaube ich abbauen und irgendwie was neues da einbauen ich weiß es aber nicht genau und jetzt ist es gerade in salzburg und ich werde es wahrscheinlich auch nicht zu schnell bekommen weil die teile eben nicht ankommen wegen dem krone virus und dann ist es aber ein paar cubes ich will dich holen komm ich bekomme dich nicht ach mein ach mein ich hole mir den noch ich hole mir den kann machen was er will ich hole mir den ähm okay damit wäre ich mir da gar nicht mehr so sicher okay doch bin ich mehr weil jetzt habe ich ihn das geschützt kenne ich gleich mal das nervt nur jetzt jetzt coronatime nein wtf ähm ja nein ich team sicher nicht mit dir ich hätte vielleicht sogar mit ihm geteilt aber wenn er noch zu wenig leben hat das ist ja lecker das ist schmackhaft ja teamen und dann schön das geschütz auf uns werfen ja moin Bulli Bullilein ich hole mir auch so okay mit 14 cubes müsste es jetzt wieder laufen und naja und leute bitte teilt ich habe ich bitte teilt auch den live stream beziehungsweise wenn ihr so ehrenhaft seid gerne live stream teilen abonnieren jetzt kommen wir die leute online meinten wir dann alle leute die gerade online gekommen sind und falls euch das zum abonnieren bewegt es wird auch angezeigt wenn ihr abonniert also es steht normal riesig oben in der ecke wo wir machen sie ähm ja moin warum was machst du schon wieder das hättest du gerade fertig machen sollen aber anscheinend äh ich sag jetzt nicht du stehst offline herum du stehst offline herum naja ähm ich sag mal nichts dazu das wird definitiv kein Sieg mehr und dann verreckst du auch noch ja ähm ich hole die 5 euro pre-store karte und du gibst dann mir das ja moin das wäre mal die logik naja mach bereit und jetzt bitte nicht offline gehen nein aber also so schnell ich sie dann holen kann hole ich sie auch also normalerweise 5 euro replay gibt es ja weil mein bruder behauptet irgendwie es gibt nicht mal 5 euro replay also das stimmt glaube ich nicht ich denke mir nur bei so einer ehrencommunity wie euch da kann man ja ruhig mal 5 euro hinaushauen naja jetzt muss jetzt muss ich glaube ich mal wieder los den hole ich mir 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 dann schenke ich sie dir wieder zurück macht irgendwie nicht allzu viel sinn aber du kannst sie auch gewinnen ja hallo ey was ist ihre logik sie sieht wir haben viele cubes beide und will mich holen aua 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 jetzt hat er aua ja mein wer mich auch noch gekillt hat jetzt ist wieder nur ein zuschauer online steht da naja was ist da auch schon wieder los einmal 5 kurzfristig dann wieder nur einer naja an alle leute die gerade irgendwie das anschauen jetzt sind wieder viele Leute online an alle leute die es gerade anschauen wollt ihr mal dass wir was anderes spielen dass es nicht so langweilig ist oder findet ihr überhaupt es ist langweilig ey Shelly wie konnte die überleben auf vor allem ist so bist du schon wieder offline am anfang bitte schau dass du so schnell wie möglich wieder in die runde hinein kommst außer es lädt so lang bei dir das wäre natürlich blöder bezweifle ich ja nein da mach ich gleich mal wieder bye bye ja ach Gott wieso läuft ja auch noch hinein nichts wie weg könnte ich bekommen wieso stehst du offline herum spaß ich wollte nur gucken wie du reagierst ähm mit der zeit reagiere ich nervig weil meine zeit wacht es echt schon wieder ab dass du die ganze zeit am anfang offline gehst oder legt es einfach so bei dir das kann natürlich auch gut sein aber macht echt was mit dir so zu spielen ähm mach ball ball ja kann ich nachher machen will irgendjemand von den zuschauern mitspielen einfach in den chat schreiben dann weiß ich bescheid ähm äh ähm aua ich weiß nicht soll ich es riskieren okay das ist natürlich aua 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 ja mein ich habe ihn auch noch gekillt ja okay es war auch dumm von mir ich hätte weglaufen müssen habe ich aber nicht getan ähm unangenehm was soll's ähm dann spielen wir und irgendjemand von euch mitspielen irgendjemand aber wie gesagt jetzt sind schon wieder nur zwei leute ok nur jetzt sind es wieder zwei leute online und gerade irgendwann wieder vier oder fünf online jetzt sind wieder drei leute online das hätte ich relativ abwechslungsreich was soll es ähm ich nehme mal frank ja jetzt habe ich ihn und alle leute die gerade zuschauen es gibt bei 50 abonnenten ein kleines gewinnspiel ich mache ein oder ich verlose eine 5 euro play gut haben karte weil 50 abonnenten 5 euro das passt doch ja so ähm das scheppere ich einfach mal durch bam ja den kann ich auch gleich mal killen wenn er schon so schön hier ist aua schade aua wie knapp die mich getroffen hätte ich muss schauen dass ich hier neben das aufmachen kann bei der ist nämlich echt blöd da zum durchkommen ja okay der hat es jetzt aufgemacht oh oh nein er ist selber hinein gelaufen mit der bar ach Gott das hat jetzt aber niemand gesehen ne aie 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 wir mal wer zu weit entfernt ist und es nicht checkt das war gerade traurig davon das hat wahrscheinlich gerade jeder gesehen aber das war eh nicht so das war der eine trottel der gerade mitgespielt hat man ich will jetzt niemand beleidigen aber der war echt inkompetent nein ja da kannst du nicht machen da war der andere schuld du hast du gut gespielt der andere war komplett los werden ich glaube ich sollte lieber was das alles bin aber sagt wo wir einmal noch so und dann können wir etwas anderes auch probieren also weil wir werden sie ist wieder durch bin ich will irgendwie mms noch schnell auf rang 20 machen pro code gaming moin da ist doch mal gerne abonnen like da würde mich sehr freuen du musst du nicht aber es willst du mitspielen pro code gaming willst du mitspielen pro code gaming ja moin der kann wenigstens spielen der gerade dabei ist der gerade bei unserem team dabei ist das haben wir bei denen auch alles offen das heißt jetzt haben wir auf jeden fall einen riesigen vorteil haben die gerade bursche gemacht so kommt dann hast du drin ja ja mal ist ich habe schon abonniert ja ich möchte mitspielen gehen gg nice warte es kann noch jemand mitspielen hier ist der Teamkotierer sind noch etwas größer so ja ja last ball ball ja lass ich eh so aber mit euch macht es wirklich richtig Spaß wenn man ein bisschen jemand auch im Chat hat der was hineinschreibt das ist viel lustiger wieso so jetzt bekommen wir etwas sicher richtig op gegner aber was solls so so ich werde mal hier durch ok nice und so schnell kommt ein tor das ist schon mal gut gg brr ich habe gerade gedacht ich bin der el primo ey das war gerade nicht absicht ey der hat mich gerade wie ich meine ulti gezündet habe erwischt ja ja das ist doch für die ja das ist doch hier ist doch klar ich habe hier das ist doch das ist doch so also es ist doch Schnell, schieß her. Ach nein. Wir hätten gerade eine Chance gehabt, weil das nur passen müssen. Und bitte Leute, an alle, die jetzt gerade glauben, sie müssen alleine ein Tor schießen und wenn sie das Tor schießen, dann sind sie die Besten und so. Bitte Leute, passt auch. Wenn jetzt jemand vor euch ist, es ist sinnvoll, er passt. Zum Beispiel, jetzt gehen alle gerade auf mich, jetzt kann ich auch, bam. Wenn ich jetzt nicht gepasst hätte, wäre ich safe hin gewesen und hätte meine Ulti auch nicht zünden können. Okay. Hau ihn hinein. Ach, schade, schade, schade. Der war stark. 1 zu 1. Wir können noch was reißen, die haben bei uns noch nichts geöffnet. Das heißt, sie haben es noch richtig schwer, wenn sie etwas aufmachen wollen. Ach, schade. Ja. Schade, schade. Okay, jetzt haben wir ein großes Problem. Jetzt haben sie gute Chancen. Okay. Wir haben auch gute Chancen, bis es aussieht. Nice. Ja. Okay, man sieht die Begeisterung. Und die positiven sind. Oh Gott, meine Ohren tun schon ganz weh von dem Headset. Na ja. Macht echt Spaß mit euch zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich noch sehr lange streamen. Also, ich spiele dann sicher noch ein bisschen Showdown. Duo Showdown. Ja. Okay. Ja, okay, bin hin. Nein, nicht immer. Okay, nice. Ja. Okay. 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 Also, ich glaube, der Live-Chat besteht schon geschätzt, dass 99% aus E-Sports-Show. Ich fand, wie ich gerade irgendeinem Blödsinn reden wollte. Ja, moin. So, jetzt bitte. Schnell. Pass, pass. Ja, schießt. Nein. Nice. Ja, aber das war auch gerade in der Mitte. Moin an die sechs Live-Chat-Schar, die gerade irgendwann sind. Lasst doch mal gehen. Abo da. Und wenn ihr mitspulieren wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Ey. Okay, der ist hin. Ach, schade. Ja, das war aber auch gerade ein Fehler von mir. Ich hätte zu ihm passen sollen. Und teilt den Stream auch mal gerne. Und abonniert auch sehr gerne, weil bei 50 Abonnenten gibt es dann eine 5 Euro Goodplay-Verlosung. Aber leider kann ich die Goodplay-Karte sicher nicht so schnell noch besorgen. Ich bin mit mich. Ja. Rein theoretisch. Na, obwohl jetzt wird es nochmal kritisch. Ja. Okay. Schade. Ich wollte gerade schon kurz sagen. Rein theoretisch haben wir, oder sollten wir jetzt eigentlich gewonnen haben. Aber nein, nein, nein. Sieht gerade nicht so goldig aus. Nein. Hätte erreichen können. Ja, okay. Jetzt haben wir aber eigentlich verloren. Ja. Okay. Schade, schade, schade. Aber naja. Ist ja auch kein Weltuntergang, finde ich. Wirklich, ihr seid sehr abwechselndsreich, Community. Jetzt gerade sind wieder zwei Leute online. Vor 10 Sekunden waren es noch sechs. Das ist echt sehr schwierig, dass du entziffern, was du da schreiben willst. V, D, A, S, W, keine Ahnung. W, P, aber keine Ahnung. Ich versuch's gar nicht erst. Oh, oh. Ja, moin. Ja, das ist natürlich schon mal unangenehm. Moin an die 5 Live-Zuschauer, die gerade wieder online sind. Moin an die 5 Live-Zuschauer, die sind aber auch echt stark gewesen. Damit hat er gerade sich nicht gerechnet. Er hat mir erst den Weg von mir aufgesprengt, aber besser, wie er hat ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, dass er geteampt hat. Es ist noch alles möglich, aber es ist eben hart. Sie hätten jetzt gerade eine Chance. Ja, moin. Sogar. Vielleicht hat er sich jetzt sogar was gebracht, dass ich bei uns dem was aufgesprengt habe. Scheiß, schieß, nein. Schieß, schieß. Nice. Ach, das ist jetzt natürlich bitter für den El Primo, der gerade teamen wollte. Ach, naja. Was soll's. GG. So. Ähm. Welche Vorhalle soll ich nehmen? Bleibt gleich bei Ähm, Sandy, die ist eh gut. Sandy ist immer gut, finde ich. Und sagen wir, bist du eh richtiger Ballspiel, du hast eh 14.000 Trophäen, also eigentlich. Mit Sandy müsstest du schon ganz gut was reißen. Ach, nein. Ich hätte gedacht, da ist niemand drin. Dann wäre vielleicht sogar ein Tor geworden. Aber dadurch, dass die da drin war, ach, nicht so gut. Okay. nice master hi dann willst du mitspielen dann kann er wieder testspielen machen wenn du willst like und abonniere auch gerne loll master würde mich sehr sehr freuen ja man begrenze alle überlebt haben ja man hätte gedacht ich spreng das mal schnell mit aber nein war gar nicht so gut ja das reißt ihr schon ich schaue gleich dass ich hier ein bisschen abwehre ach nein lost lost das war gerade dieser eine millimeter ich habe es heute aber auch wieder aber so als jetzt ist er drinnen hätte ich auch meine ulti benutzen können aber habe ich nicht das kennen abonniere master habe ich glaube ich gerade eben schon gesagt aber naja und ich würde mich natürlich auch sehr freuen auch für dich der master bei 50 abonnenten gibt es eine 5 euro geplayverlosung also falls du noch nicht abonniert hast dann darfst du das gerne nachholen ja rip rip das sind die mauen hier schon mal weg und ich nehme alles laufen mit hinein nein gerade auch recht knapp vorbeigelaufen aber zum glück die leckte auch recht anders anzeige ist raus jetzt habe ich getroffen und nicht um einen millimeter daneben geschossen ist ja auch schon mal gut mal gut ist auch rang 17 das ist ja schon mal gut ja da freut sich mal wieder wer so ist ziemlich übrigens auch schon wieder seit knapp zwei stunden mein bruder wird sich wahrscheinlich nur denken was soll das er hat nämlich gesagt er will heute auch noch streamen aber naja lasst einen abo und einen like auf ihre da ja das wäre ehrenhaft ok das wird sich eine schwierige runde ein frank und ein l prima das wird elend und so ich habe noch gut damage kassiert aber jetzt haben wir aber ein bisschen ein problem ja obwohl hat sogar noch gut ähm bitte jetzt geht es nicht auf rein ok ok also du bist relativ gut bekannt dafür dass du gerne mal auf rein gehst ja moin nice die haben wir auch so ja heute läuft aber echt wieder bei mir mit frank ne jetzt bin ich immer wieder richtig am troféen farmen und ja war irgendwie klar dass er nicht bereit drückt naja hm ok ne ich doch nicht was was meinst du mit ich doch nicht schreibt das mal bitte kurz in den chat und leute ich hoffe ich verzeihe mir das kurz aber ich muss mal ganz kurz auf das wc aber ich glaube nach zwei stunden stream ist das auch zuständig bin aber gleich wieder da up ab 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, die sind stark. Ja, Rap, oder? Ja. Ah, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Moin on the 5, Leute, die gerade wieder online sind. So. hast du discord im jahr habe ich aber ich habe noch keinen server aber ich werde mir jetzt machen also immerhin server server ist gut gesagt ich habe noch keinen discord noch kein eigenes discord wenn man zu sagen kann endlich mal die mauer durchfetzen ausreichgünste sind nicht vorhanden die sind echt gut aber eins zu eins ist jetzt alles entscheidend vielleicht gewinnen wir noch so nein ich habe gedacht ich gehe durch schade gut so gut gespielt von euch so okay ich glaube e-sports gaming musste offline oder oder es hat hinausgeworfen wenn du offline geben musstest war es mit dir zu spielen und zwei sagen spielen wir einfach mal durch ich muss noch ich muss essen darf ich gleich wieder mitmachen aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich jetzt noch so lange ich bin weil ich glaube ich muss dann auch bald essen weil jetzt ist es ja auch schon halb sieben was ist denn das da ähm der pfeil ist ja nicht irgendwie finanzen also wenn ja ich glaube nämlich ähm keine ahnung ich habe mich dann hier ganz lange melde oder gar nichts also keine ahnung und welchen brawler soll ich nehmen hm warte ich schaue mal kurz mit welchen brawler ähm brawler vorschlagen oha hast du alle brawler fast welchen brawler hast du nicht ach du hast Qo nicht oder ähm nein du hast Zweig nicht wow killoji ich will mitmachen wow Code Gaming hast du Insta ähm ja habe ich ähm aber benutze ich eigentlich so gut wie nie also ja auf Insta bin ich komplett inaktiv ok bei mir leckt es gerade mega ähm wo okay du darfst gerne mitmachen und wenn du willst da kannst du auch ein Abo und ein Like da lassen wer ist dich dazu oder wenn ich schaffe dich dazu zu überreden oben links in der Ecke steht da sogar noch riesig dass du abonniert hast aber naja ähm warte ich muss schnell ähm ähm bohrbar ist besser einstellen ja jetzt kannst du mitspielen hier ist der Teamcode nochmal etwas größer ähm wie heißt du auf Insta ähm müsste ich verlinken sonst wirst du mich wahrscheinlich nicht zu schnell finden ähm ähm ich muss kurz neu in der Ladestimmung beim Laptop hineingehen da leckt es nämlich gerade relativ ähm ähm ich glaube oder wenn ich ehrlich bin gerade ähm ähm die Person also bohr okay Lodi ist wieder offline gegangen das heißt wir können wieder Duos spielen ähm dann nehme ich wieder Ems Duo ähm und Schicklink ja kann ich hinein tun aber ich glaube ich mache mir dann generell einen neuen Insta Account weil ja irgendwie ist es gleich besser so ähm ich glaube neben Tick ist es gleich besser ich habe nämlich gerade geschaut ähm ja so äh Tick so können wir es mal probieren ich glaube das kann ganz gut funktionieren also haben wir vorher auch gespielt aber übrigens an alle Leute die gerade online sind läuft der stream flüssig kann auch sein dass Sandy vorher war ich weiß es gerade nicht genau was ist das Titel von der Chelsea ah die gilt mich auch wirklich noch fast ah ich muss weg so naja okay mit 6 Cubes kann man schon mal was anfangen finde ich ja es war nein okay ich dachte ich wirf gerade so einen so eine Ulti ja jetzt wird der CD werfen ok nein er hat sich gedacht einfach direkt vor nein nicht mal ähm okay alles klar das war gerade knapp ja mein er ist sogar so ehrenhaft mit den Cubes nice ehrenbruder ähm so ich sag mal die Cubes ein ich denke ich möchte ein paar mal gedreht habe Aua 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 wir könnten das sogar gewinnen ja müssten wir eigentlich jetzt nein aufhol es liegt alles an ihm ja geht doch ja mal wieder auch hinein gelaufen ist insta pro code gaming ok wie komforto heißt generell überall pro code oder pro code gaming also Leute ihr wisst es ihr könnt auch mal gerne bei ihm vorbei sein aber übrigens macht besser nicht zu viel Werbung auf meinem Kanal aber irgendwie ist es auch nicht so gut wenn ihr Werbung machen wollt oder spielt euch das besser selber ich mein klar ok wenn ihr mal so Werbung macht aber es da gibt es teilweise Leute die schreiben kommt alle auf meinem Kanal ähm macht richtig coole Videos abonniert bitte alle mich oder abonniert alle mich also also da finde ich einfach nicht geil ähm so Mortis du wirst gleich verrecken oder ich werde gleich verrecken nein Mortis würde gleich verrecken aber er wird nicht verrecken ja muhen ja muhen ja muhen wow oh ok die hat mich gerade noch so gerettet sie hat zwar unter anderem auch meine cubes gestohlen aber was soll es sie hat mich gerettet und jetzt kenne ich sie dafür hm hm ja gut dazu sage ich jetzt einfach mal nichts naja ok nice ok aber wir haben auch nicht viele cubes gerade gehabt und sollte ein Abo noch und dann mache ich das Gewinnspiel zumindest ich hole mir dann so schnell wie möglich eine Google Play Karte aber wie gesagt im Moment habe ich leider nicht die Möglichkeit dafür weil ich habe im Moment mein Rad nicht das ist gerade in wo komplett anders wo ich gerade bin aber aber naja boah Kingoji will mitmachen ok jetzt bist du wieder online ich glaube du hast nämlich kurz offline ähm ja warte ich zeig dir nach der Runde schnell den Code und nicht und nicht tun wenn ich ab und zu eher spät erst auf Kommentare antworte ähm mein Stream ist leider relativ verzögert drehen 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 so ich habe ihn wirklich bekommen gestern drehen 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 gelegt eigentlich müssten wir jetzt gewonnen haben ok danke fast ich würde sagen ich bin dann wieder brawbar so hier ist dem kurs oder kannst du kurz mein klub kommen und heiße er heißt 18 er heißt und heiß gewesen dann tritt einfach mit dem team kurs bei ich bin nämlich schon in einem klaren kann ich nicht einfach so weiß ich nicht ob ich die mucke aber wenn du bei 23 spiel oder bist bekommst du schon motor so ja aber wenn du jetzt einmal kurz online bist bekommst du sicherlich so schnell not weil ich will dann wirklich auch nicht die ganzen mods verschenken weil ich habe im moment genau eine mod und der war gerade bei glaube ich ein streams fast bei mir online außerdem er mich jetzt war glaube ich bei so gut bei allen streams online ach so sorry ich bin echt dumm das ist noch nicht da bist noch nicht drin ich kriege keine benachrichtigungen wenn du live bist das ist schade also ich weiß nicht vielleicht hast du bei youtube nachrichten ausgeschaltet dann eventuell ansonsten müsstest du normalerweise schon nachrichten bekommen also wenn du normalerweise abonniert und die glocke aktiviert hast bekommst du schon nachricht bei mir funktioniert das normal ich kann für nichts garantieren aber ich glaube eben auch nicht dass du ja ich glaube nicht dass du ja ich glaube nicht dass du eh was kriegst du in dem ort bis heute gerade sagen aber ja ist klar nicht online kommst dann ich wieder frank kann wir schon in die nächste runde starten es leckt gerade wieder ne back ok er kann sein bei youtube gibt es diesen park den kennt er jeden den park so ja der macht gut schaden das haben wir auch hier schon mal offen das heißt jetzt kann man viel besser hinein schießen ach schade schade marmelade aber ich glaube ich muss dann leider muss man wirklich sagen leider auch bald offen ja ich habe den fall ja ich habe den fall muss aber aufpassen da ist daneben, ja knapp nice ok, das ist das 2 zu 0 wirklich richtig bock mit euch zum zocken ok, da gehen wir beide auf rein, warum auch immer zumindest auf rein, zumindest sie verlassen eben wieder übrigens Leute, was sagt ihr dazu? ist das gut eigentlich in wie lange ist denn das jetzt schon her? in so einen Tag, eineinhalb Tage vielleicht aber normalerweise einen Tag 265 Trophäen zu machen ist das gut? ich weiß schon, wie ihr es vorhin habt ich lege gerade ich habe 50 Abonnenten erreicht nice gerade wie ich kurz weggegangen bin, 50 Abonnenten erreicht das ist cool das heißt, ich mache dann das Gewinnspiel aber wie gesagt es wird jetzt vielleicht nicht sofort kommen aber es kommt das kann ich euch schon garantieren war gerade richtig schlecht von mir so, könnten wir auch reißen rein aus der Strategie doch das war jetzt nicht ganz so gut von mir oh, wie glaubt das war nice komm zu Daddy Mortys oh, ja moin oh, wie er es nicht gedacht hat das war ganz so eine knappe Geschichte ich will meine Ulti irgendwie nicht verschwenden ja, verschwenden ich habe gerade meine Ulti für was anderes geplant gehabt ja, jetzt kann ich sie einsetzen bzw. jetzt muss ich sie einsetzen bzw. jetzt sollte ich sie einsetzen ja, moin ok, ich habe mich gerade kurz schon gedacht der Mortys hat den Ball noch schnell aufgefangen aber nein hat der nicht so die Baller passen ja alle die ihr habt die sind eh gut und die können wir glaube ich ganz gut rasieren und übrigens Leute schreibt doch mal gerne in den Chat ob ihr gerne mehr Livestreams hättet kannst du FA annehmen na klar ok, jetzt in der Runde nach der Runde nehme ich die FA natürlich an oder zumindest dann wenn wir eben wieder hinausgehen ins Menü nein, der hat mich noch erwischt das war auch gerade meine Luft ich hätte eigentlich einfach durchballern sollen naja ja ähm sag ich jetzt mal nichts gerade das werden wir jetzt verlieren das Spiel nämlich auch gut und ich bin gerade mega lost ja ok, schade jetzt hätte ich meine Ulti einsetzen müssen wir können noch gewinnen aber es wird hart es wird sehr sehr hart ja ich glaube wir werden nicht mehr gewinnen leider aber nie aufgeben nein der hätte sitzen müssen der Schuss ich bin wieder da eSport nice also im Moment ist es gerade blöd wegen mitspielen weil gerade eben schon drei Leute spielen außer wir spielen natürlich Testspiel das geht immer aber wenn sich dann wieder wer streitet weil sich jemand nicht an die Regeln hält ist es blöd aber ich glaube ich muss dann leider mit der Zeit eh auch offline weil es bei mir auch bald die Hause gibt wahrscheinlich jetzt haben wir verloren ja brauche ich gar nichts mehr machen naja aber so ist die waren gut so aber ich nehme jetzt mal schnell deine FA an Freunde und annehmen nice echt richtig cool account ja du bist voll ja bin ich ja können wir auch spielen mal schnell moment wo ich ein Ball so ah ok dann nehme ich ok er ist gerade auf lang gegangen ja ist egal du kannst hereinkommen eSport Show einladen weil wenn er offline geht oder wenn er weg geht ich bin schlecht oder ähm nein wieso solltest du schlecht sein du kannst gerne mitspielen aber ich weiß eben nicht es ist schwierig außer ihr wollt dass ihr euch Testspiel spielt dann können ja wieder alle mitspielen und pro Code wieso solltest du schlecht sein soll ich wieder Ballball oder soll ich Kopfgeldjagt lassen ich weiß nicht eSport Show hi hi übrigens ich habe fünfzügig aber nicht erreicht eSport Show das bedeutet das Google Play Garten Gewinnspiel wird demnächst starten aber ich muss dann schauen dass ich irgendwie zu einer Tankstelle oder zu ja zu der nächsten Tankstelle komm weil das ist das nächste Geschäft bei uns und die haben jetzt höchstwahrscheinlich eben zugesperrt und ja ähm naja ich würde sagen wir spielen lieber Ballball oder oder was meint ihr oder Kopfgeldjagt können wir auch spielen dann spiele ich gleich mit Shelly Kopfgeldjagt okay danke für fünf Likes und an diese Person die gerade geleitet hat lass auch gerne mal ein Abo da ähm äh noch bin ich schlecht und doch ähm nein du bist nicht schlecht also ich finde wirklich du bist nicht schlecht bereits ähm ich bin schlecht nein du bist nicht schlecht ja vor allem du sagst du bist schlecht und hast 14.000 Trophäen nur weil wir gerade einmal verloren haben wenn wir einmal verlieren ist doch nicht der Weltuntergang ich meine nach dir schon aber äh 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 noch mal äh 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 es wird schon wieder ein bisschen kompliziert ich sehe es schon kommen weil die sind nicht schlecht ja moinzen das ist auf jeden Fall eine gute Combo was die spielen das tat für uns aber vor allem dass die so ein gutes Abo hat ne ja moinzen wie der gerade auch nur überlebt hat trotz ulti naja das nervt echt so mit der mit diesen Minen ja ich kann schon wieder nicht reden ja das werden wir so sicher verlieren das ist ja mal weg jetzt ist die einmal weg aber der Bull ist eben sehr stark irgendwer von euch soll Bull nehmen naja dann brauchen wir nicht mehr machen ja ähm irgendjemand von euch sollte Bull nehmen und wenn man soll auch irgendjemand gleich ähm wenn alles warte mal kurz hast du Bull auf einem ja okay Bull ist denn höchst dann nimm du lieber ähm ey 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 vor der Vorschlag ähm nimm du Bau und und nimm du besser Bull so sind wir dann besser vielleicht vielleicht wer weiß so nice wir können jetzt mal probieren weil ich glaube so sagt die kann doch eigentlich schon gut sein mein Pi war ja komplett lost aber normal Bull und Crow das sind normal schon relativ 4p oder e-sport-show e-sport-show hä so ist er jetzt aufgegangen ach so ist der andere jetzt auflanggegangen hä ok ok dann können wir im Duo wenn er nicht mehr will ähm dann aber aber weder und oder hast du denn vorher immer gehabt ich schau schnell und ähm offline kann ich rein ok kann ich rein natürlich kannst du rein ich weiß nicht ähm ja moin ja moin alles klar respekt an dich wo geht wo geht wo geht lass lass Testspiel bitte dran darum habe ich verlassen habe ich verlassen seit wann spielst du ähm ok warte wir können gerne Testspiel machen dann musst du aber leider verlassen ich schicke dir auch eine freundschaftsanfrage ähm so du hast schon zu viele anfragen ja gut ähm sorry bro ich muss aber kurz Testspiel Testspiel so ähm jetzt kannst du wieder reinkommen lad ein ähm hier für dich ähm du kannst auch hier reinkommen ähm ja so ähm habe whatsapp nachricht bekommen ach so und deshalb hast du hinausgehauen also naja aber du wolltest sie wahrscheinlich lesen so ist du es gerade ich glaube du hast wollen gar nicht ich glaube eher so solo ähm die läuft mir dann vielleicht eh verlinken aber ich mache mir dann einen neuen insta-account also naja aber ich vermute ich muss dann gleich offline leider naja ähm spielte jetzt einfach mal mit diesem baller zuschauen wieso zuschauen ballt hä hä spielte gerade irgendwie soul oder was ok mge mge § mnh Weil ich die 50 Abonnenten erreicht habe, ich möchte einen beritten. Na klar. Ach, das ist ja schön, wenn schon die halbe Lobby voll ist. Hab gerade nix aus. Was meinst du damit? Ich habe gerade nix aus. Ähm. Der sollte sich mal beeilen. Ich habe keine Bock an dich. Schaut einem Spieler zu. Ähm, ja, okay. Ich schau jetzt einfach auch mal zu. Ich hoffe aber, die sind bald. Ich weiß nicht, soll ich ihn kicken, Leute? Soll ich ihn kicken? Ich weiß nicht. Ja, ich kicken einfach mal. Ähm. Ich glaube, nach dem muss ich dann leider auch. Sohn weg. Also, naja. Ähm, könntest du bitte rausgehen? Ja, ich bin bereit. Auf jeden Fall, weil ich muss leider nach der Runde weg. Beziehungsweise nach der Runde gehe ich dann essen. Ja, meinsen. Wieso geh'n jetzt auf einmal? Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Muss ich nicht zu stehen? Kann ich nicht zu stehen? Will ich nicht zu stehen? Will ich dann wieder alles hier? Hast du Schule? Nein, hab ich nicht. Ähm. Ich hätte eigentlich heute noch gehabt und morgen auch, aber... Ach, komm. Wenn ihr alle nicht da seid, dann muss ich euch leider kicken. Weil ich muss leider nach dieser Runde aufleihen. So leid es mir auch tut, aber naja. Ähm, und übrigens, Leute, ähm, schaut, dass ihr euch gerade nicht gegenseitig killt. Erst ganz am Ende bitte gegenseitig killen. Hey, erst am Ende gegenseitig killen, bitte. So, nice. Ja, boah, ähm, hau rein. Passt, hau rein, ey. Aber echt lustig heute, der Stream mit euch. Also, wirklich, kann man mich nur bei euch bedanken. Wirklich so eine Ehren-Community, wie euch sieht man wirklich selten. So, es leben noch mal drei Leute, das sind wir. Ja, super, ich hab neun Cubes. Ja, das ist safe, der Wind für mich. Ja, was sollt ihr jetzt noch groß machen? Whip! Bin morgen oder heute noch, was meinst du damit? So geht's mit Kollegen raus, du weißt, bin morgen oder heute wieder und wenn's du wahrscheinlich damit? Na ja, lasst einen Abo und ein Like da. Wäre ehrenhaft, ja. Aua, aua, aua. Könntest ihr bitte aufhören? Aua? Ach, hallo. Ach, hallo. Das, ähm, hallo. Äh, hallo. Äh, hallo. Hey, verdient. Oha, wenn mich die Tara auch noch was gekillt hätte. Die killt mich noch. Ja, moin. Ha! Okay. Respekt an dich, Tara. Aber, naja, ich muss jetzt leider, Leute, auf ich muss jausend gehen. Und danach werde ich auch nicht mehr zum Streamen kommen. Also, leider, tut mir leid, Leute. Aber, ja, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und, ja, haut rein. Euer Lorking. Macht's gut. Ciao.